So, jetzt gehen wir ran. Stübenvoll Klettersteig am höchsten Wasserfall Tirols mit 159 Metern. Jetzt geht's los. Danke Leo für das Insagen. Wir brauchen für die ganze Hitze unbedingt einen Hüftgurt, ein Klettersteigset. Und weil wir beim Klettern sind, sollten wir vielleicht einen Helm und mitnehmen. Na ja, kannst du nur noch das? So ist er. So, in Stübenvoll sehen wir jetzt vorne rum. Her und Doppens aber noch. Jetzt geht's auch. Weiß oben bloß. So, an das Gereich habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Schwitzen tue ich, aber lässig ist. Jetzt sind wir da auch gegangen, über die Mure da. Und jetzt geht's das erste Mal so richtig dahin. Wir gehen jetzt da. Da auch. Da gewinnt das Wort Rockhahn eine ganz neue Bereitung. So, der Rastplatz ist erreicht beim Stübenvoll Klettersteig. Da haben wir uns hingetragen ins Klettersteigburg. Gipfelburg ist ja kass. Der Wasserfall hört man noch schon die ganze Zeit rauschen. Und jetzt glaube ich werde es vielleicht nass werden. Ich glaube es aber nicht. Jetzt geht's weiter. Das ist doch jetzt ein Sau malchen, oder? So. 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 Ja, wir haben uns auch was, wir sehen uns dann.